Mein Name ist Julia Berg, ich bin 22 Jahre alt und mittlerweile seit neun Jahren Cheerleaderin bei den Diamonds. Für mich ist Cheerleading viel mehr als nur Sport. Es ist die Kombination aus Tanz, Musik und Akrobatik. Der Teamgeist ist extrem wichtig und wächst von Mal zu Mal mehr. Die Herausforderung für uns ist, den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Immer wieder neue Tänze, neue Lieder, neue Stilrichtungen und neue Outfits. Es ist auch unsere Aufgabe, Stimmung in die Halle zu bekommen und gemeinsam mit dem Publikum die Jungs voranzutreiben. Die VR-Bank und das Sportkuratorium bieten uns die Möglichkeit, auch außerhalb des Basketballs aufzutreten. Aufgrund dessen freuen wir uns sehr, Sie am 23. Februar in der Oberfrankenhalle beim Ball des Sports begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020